Festliche Stunde zum Advent und Weihnachten mit den Volksmusikanten Aachen-Eilendorf Am Sonntag, den 3. Dezember 2017 findet die Festliche Stunde zum Advent statt. Kirche, St. Barbara, Rote Erde, Hüttenstraße Beginn ist um 16 Uhr. Am Sonntag, den 17. Dezember, ist Weihnachten mit den Volksmusikanten im Pfarrheim St. Apollonia. Heckstraße-Eilendorf Hier ist der Beginn um 16 Uhr. Wie immer gibt es Kaffee und Kuchen und weihnachtliche Musik mit den Volksmusikanten unter Leitung von Anton Pluomans. Im Video noch ein paar Fotos aus alten Zeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Jetzt vormerken! Festliche Stunde zum Advent und Weihnachten mit den Volksmusikanten. Auf Wiedersehen! Tschüss! 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 Tschüss!